Ich Keinen richtigen aufseher schreibtisch habe die informationen im terminal des schreibtisches sind äußerst wichtig für die experimente Ich lege die zukunft unseres walt 88 in deine hände Zufall dass sich eure wiege gekreuzt haben es schien passend um dich Uns rache nehmen zu lassen wie kann ich dich noch beruhigen Dein vater er hat dich nie aufwachsen sehen ja was mit ihm geschehen ist Ich habe mir die aufzeichnungen des vorfalls angesehen Anscheinend war sein tod ein bedauerlicher kollateralschaden Viele jahre lang fragte ich mich nie wer meine eltern waren ich akzeptierte meine situation Und das war's mit dem alter kommen das bedauern und die Was wäre wenn fragen jetzt zählt dass du und ich die chance haben neu anzufangen wie kann ich dich noch beruhigen Du leitest also das institut ich bin der direktor Ja Dafür habe ich jahrzehntelang gearbeitet Diese verantwortung Nämlich sehr ernst das institut ist wichtig Es ist die größte chance der menschheit auf eine bessere zukunft Egal was die da oben über uns denken Sie haben angst vor dir schauen angst vor dem institut die leute fürchten sich immer vor dem was sie nicht verstehen Das commonwealth hat nichts von uns zu befürchten Das versichere ich dir was auch immer du gesehen oder gehört hast gib mir etwas zeit es gibt noch mehr zu besprechen aber das institut steht kurz vor einigen wichtigen durchbrüchen deine anwesenheit würden wir sehr schätzen ich war hier teil von etwas großartigem Ich habe geholfen ein leben für mich und für die leute hier im institut aufzubauen und jetzt nach all den jahren kannst du dabei helfen Mach dich das nicht neugierig Ist es nicht das was du willst Du willst dass ich hier bleibe im institut ja das ist mein vorschlag Ist das so schwer vorstellbar das institut kann dir ein besseres leben bieten als du es auf der oberfläche Jemals haben könntest du warst doch in commonwealth du hast gesehen wie es da ist Ich versichere dir dass du es bei uns besser hast Da oben ist es ziemlich schlimm ich habe es ja selbst gesehen daher sind wir so erpicht darauf uns hier ein besseres leben aufzubauen Und du kannst jetzt daran teilhaben Ich bitte dich nur dem institut Mir eine chance zu geben eine chance dir zu zeigen worüber ich dir erzählt habe Wir haben für die menschheit nur das beste im sinn wirst du es versuchen in ordnung danke das institut ist jetzt dein und mein zuhause nimm dir zeit und lerne es kennen trifft die leute mit denen du arbeiten wirst du solltest dich bei den bereichsleitern vorstellen dr philmore im bereich anlagen doktor ajo im bereich seb und dr holden in der biowissenschaft und schließlich doktor lee im bereich fortschrittliche systeme sie wissen über deine ankunft bescheid trifft sie dann besprechen wir das weitere vorgehen